ja so jetzt hier aufsteigen wir müssen zuerst ins west viertel aber wollen ich glaube lieber in osten da sind nämlich mehr potenzielle punkte mit bisschen glück finden wir den typen ja ich hoffe nur ich habe doch die richtigen antworten zu fragen das wäre es absolut mies da haben wir nach 20 jahren suchen gefunden und dann haben wir aber keine antwort übergeben eine falsche antwort erfolgreiche sackgasse wozu soll diese gast überhaupt gewesen sein jetzt obwohl ich glaube ich komme vielleicht zu fuß und doch gleich besser ich gehe erst mal so ja und dann da unten und wo das problem ist wirklich dass es dafür jetzt keine rennen voll gibt wo da sein könnte ja was kaufst du dich könnten man muss den captain kryptik allerdings erst per per mob freischalten als ob halt auch ein mausspiel ich habe einfach instant gefunden ich mache es nicht dieses spiel rätselzeit ok welche gefährde spielt ist für ihre markanten augen bekannt behemoth und goblin longo hat blipos sagt logo was ist mega er wird trotzdem weg wäre ich hoffe dass du bist aber auch da noch mal der spaß ja 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 mach nicht diesen gefährlich spät jetzt meine wie long green ich komische augen haben wir dann ich liebe diese bildschirm mehr und mehr ja kann ich nicht noch was spannendes erzählen eigentlich nicht ne ich hab gar nichts zu sagen ich sage einfach das wird noch spaßig nein oh mein gott ich hasse das spiel gerade so fucking sehr ich hab mein handy gerade nicht bereit weil der akku leer ist man ey das regt es doch schon ein bisschen sehr auf ich glaube ich mach den typen einfach absolut offscreen ich kann mir das grad nicht rein tun ich hab einfach nur rennen durch die gegend zu laufen und zu hoffen dass er da auftaucht irgendwo ne das macht man das fällt aus ist aber auch so ein bullshit oh lol was los was ist dieses ne elixier ok cool ich nehme es so hier drin auch noch mal kurz triggern vielleicht steht ja ja zufällig ok nein das ist nein ich mache das nicht mit ich mache stattdessen dass wir alles auf screen machen müssen kolosseum valhalla und serendipity das sind die orte an denen die dlc von sars und lightning stattfinden ich will sagen wie geht es gleich noch serendipity wir gucken uns mal an was sars in der zeit getrieben hat in der wir so unser ding gemacht haben er hat ja um sein leben gespielt wir gucken einfach mal rein ohne spielaufhänger hoffe ich guck mal so natürlich wieder öde ladezeit weil jetzt was noch mal heavy ich habe so als das spiel aufhängt so hier wird kräftig gespielt so hier ist das spiel kapitel sars geschichte kopf oder zahl ok ok was ist passiert ok da waren wir mit seinem luftschuhn unterwegs dann ist er garantiert ein paar losgeraten was soll denn sonst passiert sein bitte time to wake up little man what about the land daddy hm something is coming ja 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 binden ist paradox oh nein sein sohn ist eigentlich bei ihm hoch hey you there what's going on hm where the heck am i am i alive but is this what heaven looks like you are no longer alive what however that does not mean you are dead ok for example for example take a look at the coin in this brief moment before it lands on the floor there are two possible outcomes of heads or tails that is the situation you are in there are two possibilities for your future life or death what about my son what about dodge is he ok where is he hm it is quite possible he is here but at the same time it is also possible that he is not ok so then which is it that depends on you and your actions you must gamble and win the possibilities you wish to see manifest whatever they may be your future lies in your hands if you wish to see your son you must win the possibility of a reunion huh i believe hard enough i will be able to see you again right huh so was is it also huh right huh huh what huh of course why is he here why is he here don't take it the wrong way glad to see you doing well but i really wish you would dodge instead stop stop that i'm sorry i'm sorry i take it back i'm happy to see you really ow watch the throw watch the throw no no all right all right come on let's go and find dodge you with me i don't know how or why but i found myself gambling and back the most important thing in my life i'm a handsome man but lady luck has never glanced my way but you know maybe this time it'll be different it has to be maybe this time she'll show me some love also muss er jetzt hier einfach das ist sein glück mein polieren und wie genau so ein witzig gewinnt mit spielst du überhaupt ist das ist immer die frage für sie also zählt es erst mal fest kommen wir jetzt als er heute her oder spielen wir einfach ihnen jetzt kannst du überall gleich gern bin wie ein weltmeister der typ ist ein geist neues leben willkommen in serien dpt aber wenn das ganze personal mir zur verfügung steht warum kann ich da nicht einfach so gehen lässt mich einfach so gehen nur so als frage hier in diesem palast einer von der zeit unberührten orte riskieren glücksspieler ihren stolz in ihr kasinomünzen um im fieberhaften rausch zu reichen zu gelangen serendipity poker chronobind und chronobind spielautomaten vorderen glück herausgeschäft ein berg von münzen weil ich ja gerade schon nicht genug spaß mit dem spielautomaten hatte damit saß darch wiederfindet der sogenannte jubelmünzen von denen behauptet sie wird das unmöglich ermöglicht machen am schnellsten gelangt man die besitzer jubeln müssen wenn man es an einem der kartentische versucht schlag dem schicksal eine finne und dann ist viel jubelmünzen wirklich umsatz und darts vereinen sprichst du jetzt mit dem patronen und beschafft ihr die zum spielen der kartenspiel mit den kasinomünzen absolut war toll komme ich hier auch irgendwie wieder raus kann ich vielleicht gehen ach quatsch erst mal ankommen es hat seinen preis 10.000 münzen frage patronen um unterstützen soll sich ja mal die kasinomünzen ausgehen er hat bis wein spendierhosen an obgleich sind große auch grenzen platziert in der einsätze wohl überlegt was auch aus einer kraft aus glück aus denen sie jetzt aus der seite zu ziehen ok wie schlage ich mich ok wo ist darch ok und wie sie draußen hinaus ok rauskomme ich schon mal sie muss erst mal ein bisschen um war wie es aussieht wenn da mit dem mit dem sprung ok mit dem komische ist nicht weg normal hat sich das kann sie nicht auch wie verändert doch ob wir es nur so vor ich gehe mal zu lady mystic dann sind vor ich habe von diesem teil des spiels habe keine ahnung schokulina ist doch der kleine schokoboy eigentlich paradox ja leider Oh, toll. Ach was. Nicht dein Ernst. So, wie willst du reagieren? Natürlich meine Prinzessin. Oder du? Ja, ich denke, ich gehe mit, wenn ich wirklich muss. Ich habe einen starken Spot. Ich weiß, wie du fühlst. Du bist immer so nett, wie ich mich erinnere. Okidoki-Doo. Ready, Setz, Setz! Ok, cool. Ist hinten zu? Ok. Da, lassen sie mich nicht rein. Also, Möglichkeiten technisch bin ich wohl doch etwas beschränkt, was das angeht. Hoch. Was ist mit den Chocoboss? Ok. Hier soll also noch irgendwo Chocoboss sein, aber... Die kann ich auch später suchen. Ich würde sagen, wir probieren erstmal die einzelnen Angebote hier aus. Ich liebe Ladebildschirme in diesem Spiel. Oder vielleicht finden wir ganz zufällig noch nicht Chocobo. Hier kann ich nicht reden. Ok. Hier stehe ich bestimmt nicht ein. Das fährt aus. Ok. Ich speichere erstmal. Ich speichere erstmal lange. Ich fange einfach mal hier an.